das geht mal in der Zeit ja genau jetzt kommt Remco auf einmal so der war die ganze Zeit nicht da und wir kommen zu Haarland stellt nur einen Tee ja 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 Alka ist der einzige Tee was geht Tim du warst das was als einzige eine Schottkampf okay warte tötet mich tötet mich mal was soll ich das schon wieder du darfst mich danach töten sorry du hast mich auch umgebracht ja ja hätte man den jetzt exekutiert dann wäre die Runde vorbei was sollte das Kim ja eben weil Alka ja gesagt hat wir haben nur einen Tee da dachte ich mir so ja wenn er doch weiß dass es nur einen Tee gibt dann ist er ja wahrscheinlich Tee nein weil Joe kann davor eigentlich nicht ja aber das ist doch trotzdem kein Grund den zu töten ich kann auch sagen ja ich gehe jetzt in den Traitorshop tötest du mich jetzt deswegen oder was ja 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 toll wir sind schon fly ne ist mir egal also ich gehe jetzt aus meinem Traitorshop Töten ne ne ich darf jetzt Kim töten weil du hast mich umgebracht ne scheiße ah der war Tee mein Out zählt dazu ich hab keinen Bock noch ne an der ja ist jetzt gut Joker weißt du warum ich AFK war warum denn ich hab meine Schwestern meine Schieche ausgeliehen ne ich hab meine Schwestern meine Schieche ausgeliehen joker ich hab meine Schwestern meine Schieche ausgeliehen und nicht mal nach 5 Minuten kaputt gemacht ach das ist so fly ah deine Schieche ist kaputt da so ein loser also nur dieses Stück da oben wo man dann den Kopf drauf tut ach ach obwohl jetzt das Feier echt zu leise ich muss den echt mal ein bisschen lauter stellen wartet mal kurz ohne Witz 5 Minuten schon kaputt wir sind so fly Feier Feier ich frag dich jetzt mal was ne du kennst es doch wenn ähm du äh wenn ein Objekt ganz weit von dir entfernt ist und es kommt immer näher und es wird immer größer Wie nennt man das? Keine Ahnung warum. Haha! Das ist immer in Perspektive, du Idiot! Joghurt, das musst du wissen, Alter! Was soll ich das wissen, Alter? Warum soll ich das wissen, Alter? Wovon redet ihr eigentlich? Hey, hey! Wir sind noch fremde Galaxien! Was kennt Feier denn nicht? Hey, Remco! Ich hab Feier gefragt, wie man das nennt, wenn ein Objekt ganz weit von ihr entfernt ist. So was hab ich früher geträumt, als dass ich krank war, Alter! Und es wird halt immer größer, wenn's dir näher kommt, ne? Ey, Remco, wir machen jetzt ne sachliche Diskussion über fremde Planeten, komm! Feierschreis! Ey, Remco! Komm mir nicht nah, komm mir nicht nah! Wir machen jetzt ne sachliche Diskussion über fremde Planeten, also komm! Nein, komm mir nicht nah, bitte! Komm mir nicht nah! Wo seid ihr denn? Was ist denn Feier? Remco ist T, der zielt schon. Warum? Hä? Alcon, Alcon! Nein, Alcon! Aufpassen! Feier, hilf mir mal! Wo bist du? Ja! Ja, kenn ich nicht! Ja, ist eine Marke! Ja, fressen geht's nicht aus, ne? Ah, er ist so blöd! Der trifft mich nicht! Du bist fett! Wird es auch, der trifft mich nicht! Du bist fett! War ja klar, dass er sich mit außen auskennst! Ja, ne? Wir sind so fly! Hi! Du bist so fett! Das ist das einzige, was du bist! Hallo Feier! Hallo! Hallo! Der pre-fired einfach! Du riecht jetzt hier als Go-Spieler! Ja, Mann! Ich spiel keinen Huren so im Gau! Ja, sieht man! Hey, Joker, hast du's gehört? Er sagt einfach so, ja ist ne Marke! War ja klar, dass er wieder nur ans Essen denkt halt! Ja, ne, Trinkpäckchen! Das sind Trinkpäckchen! Trinkpäckchen! Ne, welche Trinkpäckchen? Die von deiner Mutter! Okay! Hahaha! So, Leute! Na, feiernach, was schmecken die denn? Na, hast du gehört nach deiner Mühlen? Oh, Mann, hör doch mal auf! Oh, ne Juch! Ich hab dich nicht, ich hab dich nicht mal geschossen! Hallo, du hast ne Juch! 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 Das ist in der Schreck! Ey, Remco, ich hab jetzt grad gesehen, du hast die Huge Card weggeworfen! Was soll das? Ich glaub, du bist Tee! Remco ist Tee! Ich glaub nicht! Wenn man die Huge weggeworfen, dann muss man ja ne Traitor-Waffe nehmen! Ja, eben! Dann hat man ne Traitor-Waffe im petto! Also Remco ist auf jeden Fall Tee, das ist ja klar! Auf jeden Fall ist es nicht! Ne Huge weggeworfen! Ne! Also, das ist... Sorry, aber Remco ist Tee, das ist safe! Hast du zwei Tee eingestellt, du Armat? Nein! Fire... Fire ist... Es ist nur ein Tee, safe! Fire läuft mit ner Traitor-Waffe rum! Wieso hab ich denn schon nen Schaden? Fire läuft mit ner Traitor-Waffe rum! Mit der Tausier-Grad-Waffe ist eine Unauffälligkeit! Aber Fire zielt schon! Der sucht schon so nen Gegner! Aber gegen einen echten Gegner kannst du nix reißen! Nein! Weiß doch! Fire geht Roman-Roller! Okay, jemand schießt! Hä? Ja, Kim! Kim, Kim! Hä? Ich schießt die... Hä? Ich schießt die... Das war Kim, der Schuss kam von Kim! Ja, es kam von hier irgendwo! Ich hab in die Luft geschossen, die Idee! Hä? Wieso schießt du unkotzlos in die Luft? Junge, du hast mich getroffen, glaub ich! HALT YOUR MAUF! 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 Das ist nun dein neues Item, was es gibt, das ist die Drachenort-Bombe! Was? Randomst du mich, sieh? No, random! Hey, Stoker, lass mal so ein Item erstellen, das heißt Big King und wenn man das süsst, dann wird man so ein Super Saiyajin! Nein! 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 Nein, nein, lass uns das! Da kommt schon Big King! Boah, Fire, ich hab den Shotgun geklaut! Ach, nein! Oder wir machen dann so eine eigene Audio von Fire und dann fragt der, wo ist mein Big King! Jetzt muss ich Fire wieder lauter machen! Remco, wo bist du? So, wer mich jetzt umbringt, ist es random, ich mach Fire lauter! Ja, random! No! Fire hat ihn getötet! Sorry, Bro! Ich wollte es nicht! Es war ein versehen! Wie jetzt? Ich bin ausgerutscht! Ich bin ausgerutscht! You can't put my stream in your stream! Fire! Einfach hart in die Fresse rein! Der kauft einfach! Der kauft einfach! Guck mal, der bringt mich um und sagt dann so, war ein versehen! Guck mal, der sagt danke für das, dass ihr den Autor machen wollt, damit ich dich verstehe! Was ist der Chaos? Ey, wer ist das? Nein, nein! Ey, wer ist das? Nein, nein! Ey, wer ist das? Nein, 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 nein! Jetzt geht's los! Alter, das sind alle scheiße! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das sind alle scheiße! Ja, nimm einfach Minecraft City! Ah! Skill! Skill! Nimm Minecraft City! Da kommt der. Der Kamerschuhe ist im Arsch! Junge, da kommt kein Missing Map wenigstens bei Minecraft City! Ja! Ich hab alles getötet! Ah! Oh! Ja, warum nicht Team Room? Ja, weil da kein Missing Map... Joker! Ja? Glaub ich! Hat dein Bruder wieder in Minecraft verloren? Hab ich ihn gegrieft? Pfff! Alter, Joker, das war... Ich dachte grad schon erst, der hätte Feier gehört, weil Feier hat erst so geschrien und auf einmal dein Bruder so... Halt's, Paul! Ja! Das ist dann einfach so... Weil ich so... Schreisab... Ne, weil Remco so... Ja, ich hab die laut gemacht! Ne, ich so... Ah! Und dann kam er so... Stell dir vor, Feier macht so einen neuen Rekord für der Lautstärke und er schreit so laut, dass man das doch bis zu dem Zimmer von seinem Bruder hört und der sagt dann so... Halt's, Paul! Halt's, Paul, Feuer! Ich hab heute ein Lied für euch vorbereitet, weil... Ich bin so fly! Du bist so fett, wenn... Oh, ne, nicht die Krakenmärme, ne, ne... Doch, doch, dann können wir wieder selbst Mord machen, Feuer, wir können uns wieder selbst umbringen! Der Detective fliegt doch noch! Remco... Ah, da ist er wieder eingesperrt! Remco, Remco, komm mal kurz, komm mal hier runter! Der Detective fliegt doch noch! Der Detective fliegt doch noch! Das Leben macht keinen Sinn! Ah, hier ist die! Kim! Kim, bist du's? Wer ist denn jetzt gestorben? Kim, wer lebt denn noch jetzt alles? Kim, bist du's? Weil, ja, lebst du noch? Kim! Okay, es ist Kim, der lacht jetzt schon so weh, ne... Junge, man kann nicht alles, wenn der... ... jetzt sechs rumschreit! Ja, Kim, wo bist du? Wir sind so fly high! Loll! Kann ich die Wallbank? Ist das jetzt Cisco? Ne... Was war'n das eigentlich? Joker mit Joker so Kim und Fire so... Kim, bist du's? Junge, ey! Kim, warst du's? Ne... Ja... Alkan war's... Alkan war's, ja... Wir sind so fly high! Nein, ich war's Joker, hat einen Deathfaker gemacht! Weiß? Ich bin so fly high! Junge, das ist so'n typischer Joker, Deathfaker! So, Leute, tschüss! So, Leute, tschüss! Er hat halt fly high! Und fett ist also zu hoch! Oh nein, wisst ihr, wer mein Partner ist? Scherz, gib nur einen! Ich gib nur einen! Also, ist das Wemko? Wer hat sich grad dafür geoutet? Ja, wisst ihr, wer mein Partner ist? Ist das Wemko? Boah, ich hab's für bloß mit Jo Mal, Kai, komm! Hallo! Okay, ich hab's aufgeschossen! Ja, okay, Kim hat ne huge, der ist der auf jeden Fall Tee! Hallo, wer schießt denn? Hä? Hilf mir mal! Hilf mir mal! Komm! Das Kombo ballert mich hier raus! Remko ist gestorben! Alles klar! Ich hänge fest! Remko, bist du tot? Boah ehrlich! Hängst du immer noch fest? Ich bin zu fly! Hi! Das ist fett! Ich weiß! Wir sind zu fly! Hi! Ja! Obwohl bei dir wär's doch noch unglücklicher Alter es macht eigentlich nur Augenkrebs und Ohrenkrebs! Remko ist tot! Wo ist Feuer? Feuer ist? so ich bin hier unten so ja feier ist die junge ich war hier was geht was geht jemand hat den angeschossen ich habe ja genau mit der shotgun soll ich abgeschossen haben du bist so geistig zurückgeblieben da kamen normale waffenschüsse das heißt es muss gewesen sein wer sollte sonst sein ich hab mich gut Hauptsache so ich bin's ganze Zeit und ihr tötet euch gegenseitig Junge Alter ich spiel das hier gerade mit dem SNS-Controller ich dachte eigentlich feiert mich umgebracht ja also ich hab dich nicht umgebracht ja guck das verwirrt auch das zerstörte spiel das hat sich zerstörte spiel mit deiner Anwesenheit ja warum ist auch feier immer hier für dich joker hier geht man auch extra aus der Gruppe raus wieso tötet man sich selber das auch rein wo soll denn was 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 denn feier feier noch das komo T feier ist tot nee feiert ne huge SD der sichert die feiert ne huge SD der feier bleibt stehen der hat gekauft wieso ist denn Remco so leise eigentlich da unten ha ha feiert heuer schade Remco wieso bist du so leise ne komm feier ich verfolg dich jetzt hey wer hat nicht Fallschaden bekommen ne feier ist ja bei mir der hat dich nicht getötet ich verfolge feier oh wo ist denn die jetzt sind die jetzt hier guck mal hier wenn du hier hochguckst das ist von ein so guck mal auf den Mond das ist von dein texture pack das geht so nicht ich geh wieder hoch alter lassen ist geklaut feier Junge was früher Kim wer schießt hey wer schießt denn feier hat geschossen hey wo ist denn du Remco überhaupt der verpisst sich irgendwie die ganze Zeit hey tot Remco ist tot Remco hat sich wieder selbst umgebracht Junge ey alles steht da durch was denn vor hey wieso hast du Schaden Remco komm hierher wieso hat feier Schaden feier ist die Leiter runtergefeiert der Fettsack ne du hast ihn abgeschossen oder ne ich hab ihn nicht abgeschossen er ist für dich die Blei runtergefallen wenn er ihn abgeschossen hätte dann wär er doch tot ach verpisst euch doch wie wärst ihr dem der stimmt hab ja eh nix zu verlieren äh feier schießt feier Junge feier du fette schwein alter ey guck mal ich hab mich umgebrochen und hab vorher noch feier geschrieben wir sind zu fliegt feier ich wollte eigentlich nicht früher auf feier schieben obwohl ich mich selbst umgebracht hab aber dann war ja bei Kim weißt du warum tötet feier mich denn ich? Junge ihr habt euch gegenseitig alle umgebracht was soll denn dieses gerandome Manno ich hab doch gesagt ich hab doch gar nichts gemacht feier ich hab gesagt ich hab eh nichts mehr zu verlieren weil er hat sich einfach wieder selbst umgebracht der Freizei oh deinem Kunden ständiges Ruhm das Leben warum machst du immer selbst fort Remco weiss nicht weiss nicht ich spiele noch ja genau wer ist denn das jetzt irgendwann wird das so sein er bringt sich als Indo immer um und wann wenn er Tee ist bringt er sich nicht um ganz ehrlich so ich werd mich mal fast umgebro ich hab aufs Tee einen Tee fast ge- also wenn Remco sich nicht umbringt dann ist der Tee ja zwei Leute sind jetzt schon tot guck mal feier wie geht's dir ey wieso zwei Leute Kim und noch einer irgendwie ist noch ne Leiche hab ich gehört warte mal ist jetzt wenn jemand geschrien hat ne Remco nicht ne nur ich ne ich lebe noch ok hier ist hier kalt ja dann ist ja gar keiner tot dann ist nur Kim tot doch Kim ist tot ja nur er 뭐야 kommt K ne er ist glaub ich gestorben ich laufe hier rum als würde keiner existieren der Alkan redet nicht ST Remco redet nicht ST ich hab Schaden gekriegt Remco Remco ist T darf ich ihn umbringen? er feiert schon wieder falsche Arme, kommt der hin Alkan schießt wo seid ihr Penner alter? bist auch so blind wie Malvo so was macht ihr süßen aufnehmen was macht ihr süß mit einer Aufnahme das ist die neue Runde das ist die neue Runde das ist die neue Runde Remco du bist T hast du mich geschuldigt dass ich geschossen habe weil keiner geschossen hat außer du und Remco war Haska wie willst du wissen dass ich geschossen habe weil ich Feier gesehen habe der hat nicht geschossen deswegen ja ich hab jeden außer dich gesehen das ist ja das ja also ja also der kann ja nur du gewesen sein hab ich dir mal kurz unterbrechen ich hab noch volle Muni in meiner Sniper ja du bist du einzig mit einer Sniper und ich hab ne Sniper Schuss gehört war ne Sniper ne Sniper ja genau ich bin voll aufwendig Joker hast du gehört? Ich hab nen Sniper Schuss gehört und es kam von dir Wenn wir mitspielen Ich hab noch volle Muni Ich hab noch volle Muni Wenn wir mitspielen Dark Shadow Ja Hat er doch grad gesagt aber ihr hört ja nicht zu Junge ist auch nicht Dark Shadow alter Das war ein anderer Ist doch egal ich weiß ichs nicht Was hat Dark Shadow gesagt? Das war nicht Dark Shadow Ja aber Kim sagt ja Habt ihr nicht gehört was Dark Shadow gesagt hat? Was hat denn Barlex gesagt? Er hat auch das Spiel Er könnte auch mitspielen Ach er will mitspielen Ja Alcon schießt Wer schießt denn auf mich? Feier hat geschossen Guck die ganze Runde nix gemacht Du bist ein Lutscher Ich hab keinen gesehen Du bist ein Lutscher Du Lutscher Guck mal er hat nicht mal gesehen Ich hab gesagt Alcon schießt Ja genau Repariert mit Klebeband Alcon schießt Ich wusste ja nicht mal wer das so kaufen Ich wusste ja nicht mal wer das so kaufen Deswegen wir sagen so einfach Alcon Einfach sagen Alcon Joker wo ein bisschen so so Lutscher Ey Feier komm mal an Strand Hier ist der Tote Hund Echt so feiern der Tote Hund Der mag nicht Der Tote Hund fragt nicht Guck mal ich hab mich so kundig bewegt Tee Shop Remco ist Tee Ja safe Remco ist Tee Eh ohne Schalt Ich kann man jetzt echt den Heller drücken Ja wir können eigentlich direkt umbringen Komm wisst ihr was das Tee macht eigentlich eh kein Sinn weil ich bin der Tee Und der Remco hör doch auf alter Jo he Das vermisst du ja Ja der hat sich umgebracht Irgendwann wenn er sich nicht umbringt dann ist er Tee Dann muss man ihn töten wenn er nicht sich umbringt Weil wer will sich schon als Tee umbringen Feier Ja Feier Außer Feier Komm mal mit Joker Komm mit Ja genau damit du mich umbringen kannst Ja ich bin tot alter Feier ist gestorben Warum Der hat Falschaden bekommen Du hast mich umgebracht Ja genau da sieht man Falschaden Feier Umgebracht alter Ja hier They fell to death Ja 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 kann ich auch sagen alter Genau Feier ist tot Halt die Schnauze Ich rede ja viel wie ich bin Ey Joker komm mal kurz in die Schweine Damit du mich umbringen kannst Nur Joker hat gar kein Vertrauen alter Ja warum auch Ich lauf da auch gerade mal hin Komm mal zu den Schweinen Ich muss euch mal was zeigen Das sind richtig geile Schweine Ja Jihadbomb kannst du ja schön machen jetzt Komm mach die Jihadbomb ich bin alleine Ne 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 Wo ist Kim halt Ja Kim ist nicht gekommen der ist Tee Doch ich komme doch gerade ich bin Ich bin gerade bei diesem Bootshaus Ja Kim hat ne Raketenwerfer Das ist ein Apogium Ich war das bestimmt schon tot Ja ich war das bestimmt schon tot Komm schon Kim du wirst in meine ich Komm schon Kim Du bist immer noch tot Komm schon Kim Ich hab zugeguckt, das war eigentlich, das war Popcorn. Er campt einfach durchgehend. Ey, Alkan, du spielst ja Minecraft, oder? Ne, selten. Eigentlich nur Letztack. Ja, was ist? Ne, auf Gumme sind alles Schwitzer. Ja, deswegen hack ich da ja auch, damit die schön freuen können. Oh, was denn das ist? Sollen alle sterben? Direkt wieder umbringen. Okay, warte, ich helf dir dabei. Warte, warte, jetzt bist du Tee. Jetzt willst du dich nicht umbringen, du bist ein Scherz. Hey, Remco, willst du dich nicht umbringen? Hey, Remco, willst du dich nicht umbringen? Remco, willst du dich nicht umbringen? Remco, willst du dich umbringen? Hey, Feier, wieso schießt du? Feier, hat geschossen. Ich will auch mal mein Spaß haben. Ja, ja, Remco, du willst deinen Spaß mit Tee haben, oder was? Ey, Joker, komm, wir machen wieder Previo 360. Was? LOL, feiers du чувств. Wurst du, der? Wer feiers tut? Bei Remco. Schubst du dich jetzt runter, komm! Schubst du dich jetzt runter hier, komm! Pack mir nicht, pack mich nicht, take mich drauf. Hau mich nur einmal, hau mich nur einmal, hau mich nur einmal! Noch einmal! Gitt und bleach! Komm, Sicke, wirst du allesRich! Ich hab' nicht mal Schaden gemacht. Ja, Remco, feier, feier. Ist er tot? Ja Ich hab ihn gesagt, wenn er mich einmal angreift, dann... Wenn er mich angreift, dann... Wenn er mich angreift, dann... Keiner weiß mehr, was los ist, Alter Hauptsache ist ein Kim, der schießt rum den ganzen Tag Ja, ich hab... Ja, Digga, das ist... Ja, Digga Ja, genau, Digga Ja, den kann ich ja nicht sehen Der Kamer ist so scheiße Jaaa Wie viel denn? Keine Ahnung, wie viel erzählen Ja, dann kannst du ja nur Joker sein, denn wir sind nur noch zu zweit Ja, du, wir sind nur noch zu zweit Wir sind nur noch zu zweit, und du sagst zwar nur um Junge, warum rennt ihr euch jedes Mal selber, Mann? Juhlenszöne Wieso sagt ihr ihm überhaupt, wer noch lebt? McDonalds So, Leute, das war's mit den Blotsches Junge, war das heute nervig schon wieder, Alter Nur gerandom, meh Mein Gott Halt die Fressefeier, ich töte dich jetzt jede Runde, mir Maust ein Tassenluch Ja, guck mal, ich war auch nur einmal Tee, ne, und dann habt ihr euch irgendwie auch zugegeben Ja, ich war zweimal Tee, und ihr habt euch alle gerandomt, Mann Es macht keinen Spaß Hallo, ich habe zu Remco gesagt, wenn du mich angreißt, dann schieße ich dir ne Kugel Du, der hat aber nicht mal was gemacht und du hast ihn in den Kopf geschossen Natürlich, ich hab mich doch angegriffen mit der Kugel Einmal, wow Ja, ich hab dir gesagt, sobald du mich angreißt, kriegst du ne Kugel Ich hab zwei Leute gegenseitig umgebracht, ich musste nur noch Kim und Fire töten Das war halt kein Problem mehr Und mir egal, ich töte Fire Junge, hör auf mal Junge, du hast zwei meiner Tee-Runden versaut, jetzt halt die Fresse Genau, ich schon wieder Ja, weil du jedes Mal randomst Und dann werde ich geschuldigt Ja, hau doch nicht ab, dann bleib hier stehen vor mir Ja, ich töte dich Wenn du mich töltest, dann kicke ich dich aus dem Server Was ist noch egal Wieso sagst du am Ende überhaupt noch, wer Tee sein muss? Geil, steck doch mal vernünftig, alter Nee, so, fertig So, jetzt bist du dran, jetzt töte ich dich auch Ja, du hast zwei Runden versaut, als all die Fresse Nö, nö, nö Ich hab dir gesagt, dass ich das mach Nö, trotzdem töte ich dich Das ist okay, oder was? Wieso sagt der am Ende eigentlich auch noch Wer Tee sein muss, wenn es auch kein Jemand im Feier wurde von einer MP7 abgeschossen Jemand, der eine MP7 hat, ist Tee Ah, Joker dann nicht Joker hat dich noch umgebracht Ja, ne, Joker hat mich einfach abgefahren So, Alcon ist es Ja, genau Alcon Nö, juck den ja auch nicht Wie geht's, Kim? Ja, Junge, wenn du feierst, wenn du auch alles redest Und randomst Mann, ich will wie in CSGO immer switchen Ja, mach ich auch immer Ha Du hast bestimmt auch Remco's Runde versaut Das ist so ungewohnt Ja, wer hat uns sonst versaut? Ey, Alcon, wir müssen mal Die einzige Runde, die ich hatte, die war okay Die nicht so gerne, das ist doch eigentlich Was für Rande? Ich spiel kein CSGO mehr Warum? Das Spiel fackt mich zu sehr Ich feier das voll Wenn, dann hol ich mir noch Feier, du fette Schwein Junge, feier Feier, du fette Schwein Ja, der war ja auch Für ET, aber trotzdem tötest du dich gleich Auch wenn ich nur bin Junge, warum? Du hast doch schon gerandomt, Mann Du hast mich auch gerandomt Ja, wow, weil du jeden hier randomst Du hast meine scheiß Runden versaut Wenn, dann hol ich mir einen Account, dass ich auch Silberatsch wollen kann So feier, lässt du es jetzt, dann soll ich dich umbringen Wir können dich auch jede Runde Vogel freimachen, also jetzt Sei ruhig, Mann Ja, was ja genau, du machst Halt die Schnauze, Alter 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 Du randomst die ganze Zeit, Fetty Ja, du hast einmal gerandomt und redest Jedes Mal, nachdem du tot bist Jedes Mal Oh, was von der Woche? Also, ja, Alkan, töt ihn Ja, ja, genau da ist der, töt ihn Oh, was ist denn was? Ich bin hinter dir Man sagt dir auch noch am Ende Sagt dir auch am Ende noch, wer wurde jetzt umgebracht Keine Ahnung Ja, Kim wurde umgebracht Wer schießt dir? Ja, Alkan hat der Faker gemacht Oh, Alter, was war denn das? Juuu Umgedreht Wir sind so fly high Fly high Wir sind so fly high Fly high Kann ich nicht Beleid Ich ess grad Popcorn, was willst du? Fire Hey, ich ess grad Schimpfass jetzt auch Bock So, wenn Ari emm Dann kann man ja den Barlex aussagen, was er mitmachen kann Wenn er sich die Sachen downloadet Ne, ich hab da echt keinen Bock Nein, ich bin auch nicht jetzt Weil generell, bis der es runterlädt, ist es eh vorbei So fly high Wer schießt denn da? Null Bis der es runtergeladen hat, ist feier eh Gelsky Ja, feiert die Dubsdorpegang Ich sag nur, wer jetzt sind die Null Hello, Eiko Hi, wie geht's Komm! Eiko, komm mir rein, Eiko, komm mir rein! Eiko, komm mir rein! Nein, nein, feiert Wer hat die Dubsdorpegang, war alles feiert oder schützen du alter willst mich töten oder was? komm mit, komm mit alter war jemand bei Feier als die Dubsdruck kam komm mit, komm mit alter war das denn? Es war locker Feier AHHHHH wir warten soll es sonst gewesen sein DOOHGEEH SIE NEH RAUS soll es sonst gewesen sein mit der Dubsdruck gerne Feier soll ich dich mal töten, hä? soll ich dich töten, weil du mich auch getötet hast? füßt die soll ich dich töten? soll ich dich töten? NULL komm trau dich, schieß mal ich würde so ein wenig verwirren sollen was ist denn das hier eigentlich? und was ist denn das hier eigentlich für eine Runde? AUDEM 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 LOL es schießt Feier Mann Joker alter, laufen wir nicht entgegen und ich gib dir einen Kopfschuss AUDEM ok der einzige der mir jetzt näher kommt den schieß ich ab Feier schießt ja was kaufst du mich ab? ich hab dir nicht mal einen Schaden gemacht du hast volles Leben feiern ja feier darf jetzt auch einmal abschießen so so und jetzt bricht Feier schießt wie wird es dich denn umbringen? bist du Tee oder was? HÄH es kam doch eigentlich nur Feier ich darf umbringen wen ich will ja das war doch bestimmt auf Feier mit der Dubsdruck kein Feier hat das keiner gehört ich hab's echt nicht gehört er kam vorhin so dü 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 und dann war's weg irgendwann werde ich mir ne Dubsdruck ankauffe am Ende ist es auch einmal so Remco Remco ist es Remco fühlt sich so richtig unangenehm wenn so viele Leute da sind ist echt so Remco du hast dich gar nicht selbst getönet ja wo denn auch jetzt verstanden alter da leckt mein pc ja schon alter wieso macht er kann kein damage ja ich habe ich nicht mal getroffen das nein ich meine kim hat dich getroffen hat er mich getroffen ich habe ja deswegen die Exit-Chastiker-Global-Feier. Feier schießt Remco ab. Dafür schießt. How the DM. Hallo, wer hat die Enten da? Hallo! Kim hat mich abgeschossen. Hau ich gar nicht. Hast du doch. Warum hab ich dann 91% Schaden? Keine Ahnung. Vielleicht würd' kein Big-Geggen mitkommen. Achso, du hast doch 9%. How the DM Remco. Der ist heel 4, Alter. Feier schießt. Unser Feier hat mich abgeschossen. Unser Feier hat mich geschlagen. Feier du aus dem Battle. Wounded gemacht, Alter. Fett ist dünn. Hä? Alkan schießt. Hä? War schon behinder? Ich hab's doch gesehen, Junge. Ja, Alkan ist es. Alkan. Ja, Alkan. Die Map ist scheiß, da flackt voll alles bei mir. Die Map backt bei mir richtig gut. Du so, ja, hä? Hoffentlich dich übelst gesehen hab. Da ist eine McDonalds-Karte. Junge, die Map backt übelst bei mir. Ich check manchmal gar nichts. Ob ich eine Wand abschieß oder so. Ich glaub, bei Autos ist es halt schwierig, wenn es so... Wie ist er doch durch dieses Fenster, ne? Mein Himmel flackert übelst. Die Gläser seh ich nicht. Der Himmel flackert bei uns nicht. Manche Texturen sind bei mir wieder. Hey Joker, hast du Angst? Hey Joker, schau mal. Manche Texturen sind bei mir wieder. Okay, Remco ist Tee, der muss Tee. Komm, gib mir der die Shotgun. Ja, sorry. Los, gib's her. Gib's her. Gib's her. Gib's her. Komm, töte mich doch. Gib's her. Ey, ey. Ey, Remco ist safe Tee. Der hat seine Huge Freiwillig abgegeben. Dann stell dich gerade vor mich. Remco hat ne T-Waffe safe, weil der hat seine Huge abgegeben. So kann ich dich nicht verbringen. Sorry, aber Remco, du musst jetzt Feuer frei. Ja, komm. Ja, komm. Es war eigentlich zu auffällig. Also, es ist einfach ein Feuer. Hä? Toll. Wer schießt denn jetzt? Feuer hat mich abgeschossen. Komm, Feuer will schon zu mir gehen, der will mich umbringen. Feuer ist safety. Hä? 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 Hä, warum? Ihr seid kein Loser. Leute. Junge, Feuer, warum gehst du auch so wie so ein Loser zu mir, Alter? Warum rennt ihr denn immer? Oh, randomen. Ich verändere mich. Guck mal. Feuer geht jedes Mal, wenn er Tee ist, geht er jedes Mal so nah wie möglich zu mir, damit er mir einen Headshot gibt, damit ich tot bin. Mach dich jedes Mal. Ich hab dich gepränkt. Du bist so ein fettes Schwein, Alter, das gibt's nicht. Ah, ich hab dich gepränkt. Ne, das hatten wir doch schon, oder? Nein, wir hatten nackt. Deine Mutter ist zu deinem Vater gegangen und hat gesagt, Prank. Ah, Prank! Prank! Feuer, mach nen Depp. Witzig. Okay. Abgedeppt. Ach, genau, geh mal, geh mal. geh mal, geh mal urska 12. Was hat er? geh mal urska 12 wo mts. Na, waz hat du mal 15, geh. Wieso bist du nur 12? Alkan ist 16, oder? Ja. Ich bin 15, deswegen gibt's kein urska 12. Ja, genau. Mal, ich bin 18, der hat ne Fake Account, das soll mich nicht. die Glammle Map, Alter ist das so ernst ein hell Alkan ist 18 Näh, du bist du ein alter bist du geboren und dann ist es die selbe Map, wie ist Hell hallo, es ist nicht die selbe Map, wie ist Hell ey, wie ist Hell, bist du eigentlich 2001 oder 2002 geboren? 2009 oh, dann bist du ein alter komm, feier, 0 2001, was ist das denn, 5 Remko ist ein Millen, wie 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 Remko hat 2000 komm, komm, wir töten uns jetzt Was sagst du zum Melen... Junge? Remco's Tee, der tötet dich selbst! Remco's Tee, der tötet dich selbst! Ja, wer ist denn jetzt Tee, Alter? Remco! Ich bin sogar wirklich Tee! Junge, was war denn das schon wieder für eine Runde? Ja, Remco, weißt du, wie man weiß, ob Remco Tee ist? Ja, Kim hat dich umgebracht, dann hab ich Kim umgebracht! Wenn Remco sich nicht selbst töte, ist das Thema! Kim hat mich einfach umgebracht! Ja, was soll das, Kim? Ja, Missing Map? Hehehe Fire hatte mich die ganze Zeit abgeschossen! Nee, ja, genau! Ja, Junge, da war die Runde noch nicht, hat die noch nicht begonnen! Ja, Junge, Missing Map einfach! Du hattest mich aber noch abgeschossen, dann hab ich mich auch abgeschossen! Da waren wir Preparing, Alter! Ja, Missing Map! Schau dir mal deinen Karma an, Alter! Sind du beschwäßt, was wir als Random oder was? Guck mal, Fire ist ein vorbildlicher Spieler, was meinst du denn? Hallo, Missing Map! Ich glaub, du bist ja der Randomer, dich heut mal vom Projekt bannen! Echt so, Fire? Hallo, geh mal weg da! Ich übernehme dann, ich übernehme dann das Letztplay! Ja, mach nur, mach nur, Alter! Ich übernehme's, aber ich dich mal aufnehme! Ja, gerade du mit deinem Gammeln ist ja nicht! Ja, wie willst du's machen, du bist ja nie da! Fire 400k mit 150er Ping! Stimmt's Fire, der ist ja nie da, der Remco! Nie da! Wie will er das denn machen, stimmt's? Stimmt's? Hey Remco!